So, ich lebe mich ab, Bruder. YouTube! Was geht's? Servus! Servus! Stacy und Zocchi hier bei Seven Days to Die. Mal wieder. Was? Oh, das ist jetzt ein Witz, oder? Das gibt's bei mir gleich. Oh, geil, Bruder, ich hab ne Schatzkarte. Cool. Gleich mal lesen. Oh, fuck, da hinten nackt er mir vorbei. Das akzeptier ich. Oh, die hat mir gut eine mitgegeben, nackt er. Oh, ich hab sie geteilt. Jawohl, leider, verstehe ich. Oh, der ist auch tot. Easy, Bruder, easy. Okay, wir gehen an safen, YouTube. Das war der Plan für heute. Nein, eigentlich wollten wir uns ein bisschen in der Wüste umgucken, was es noch so gibt, ne? Oh, da kommt auch einer. Oh, da kommt ein großer. Der ist hier, easy, Bruder. Der ist nur, der ist, das... Verstehst du, das ist ein Pumper, Bruder, ein Pumper. Der hat nix dahinter, meinst du, oder? Ja, ja, ja. Da kommt der Ausdauer. Ja, genau. Na, das war eine. Der hat nicht viel Kraft. Na, da liegt auch schon. Da liegt auch schon. Da liegt das schon. Da liegt das schon, da liegt das schon. Neues ist es. Freu es doch nicht, dass er sich hinzukriegt hat für dich oder warum wiederholen wir uns gut ist? Prozent oder draußen die Nackte auf Leibmann CSP er nimmt hier die Nackte der Fick die geile wird jetzt richtig geile Dätowierungen am Arsch so hinten so ist es war da er so genau hat mich nicht angeschaut Renate will auch fragen Orgelachmau draußen Lele kann es auch also die ist immer Agro die hat irgendwie ein Aggressionsproblem im über die Jahre war ich doch gerade das war schon oder bis zu abgehoben mit der Beteiligung der Beteiligung warte gerade auch das war schon die Europäer ich habe keinen Vorschlag H nicht nicht das will ich nicht der David nicht weil ich finde ich eine Scheiße Die mag ich, die mag ich. Mag ich auch. Aber der mag ich nicht. Okay, da stand die Frauentoilette zu sein. Mit der Mülltonne daneben. Was soll das heißen? Ja, dass die was ablegen können, zur Not. Weißt du? Nein, was meinst du genau? Ja, wenn Frauen diese gewisse Tage haben, dann müssen sie auf der Toilette noch was wegschmeißen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, dann lass es dir mal von deiner Freundin erklären. Die weiß bestimmt auch nicht, was du meinst. Ja, denke ich schon. Oh, fuck. Oh, da hat er mal gegeben. Okay, YouTube. Das war wieder extrem spannend hier, das Video. Bis zum nächsten Mal. Das ist cool. Ja, die Bar ist safe. Also haben wir erledigt. Bauen wir nicht weiterreden. Oh, ich hab hier was. Das Ding hier kaputt. Wir modifizieren das leider nicht mehr. Aber wir... Weiß ich nicht, kann ich das mit denen so? Modi, Modi, Modi? Nein? Krieg ich das noch so modimäßig hin? Ops. Geht auch nicht. Da hab ich's ja schon, oder? Ich krieg das nicht nochmal ran. Bruder, geht nicht. Nein. Hast du gesagt doch was? Nö, hier ist nichts mehr. Können wir das vielleicht? Modi, 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 Modi? Nein, geht auch nicht. Vorgehen, Bruder. So, äh, hab ich da schon geschafft? Langweilig. Genau, nicht. Okay, dann passt das. Jop. Bruder, ich hab was für dich. Was denn? Ich kann leider meine Waffen, also meine Spitzhack und meine Axt nicht mehr damit modifizieren. Wo bist du? Bin schon wieder vorm Haus. Bei den Cheeps. Ah, Susi! Was heißt das, Susi, oder? Aua, die hab, äh, gegeben. Was heißt das, Susi? Ist das nicht Susi? Nein. Da sieht man wieder, dass du keine Ahnung hast. Da, nimm das. Wer ist das? Wer ist das? Nimm das. Jetzt geh auf deine Axt, geh auf Modification und klatsch dran. Okay. Hab ich ne super Axt. Die Ultra Axt jetzt da. Die ist so ultra super geil. Wird voll in den Arsch. Bruder, Bruder. So, jetzt fahren wir weiter, oder? Ich wollte ja woanders eigentlich hin. Irgendwo hier gibt's hier ne Westernstadt, da will ich gern hin. Ist sicher geil. Das darf doch Zocki nicht erfahren, was ich gerade gemacht hab. Was hast du gemacht? Idiot, ich hab das Ding an die Schaufel gemacht, anstatt an die Axt. Ich hab's jetzt echt. Bist du wurscht? Ja, ich hab's. Uh! A Sau! Wart mal, da ist ein Sau! Äh, du kannst es ja wieder runternehmen. Ja, hab ich schon gemacht. Oh, die Sau ist aggressiv. Oh, die Sau. Oh, Pala, da bin ich überzeugt. In deinem Schieb drüber. Oh, sie ist tot. Oder? Na, lebt doch. Uh, brutal. Geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Gechillt, Bruder, gechillt, Bruder. Tod oder nicht tot? Oh, fuck. Ne, immer noch nicht tot, was? Oh, ich klatsch dir jetzt. Oh, das mag mich nicht. Das mag mich. Wo ist hin? Verfolg mich. Ist hier bei meinem Jeep. Da hängt's. Oh. Klatsch ich weg. Ups. Er hat ja noch 38, du. Das passt schon. Alles, gell. Easy, Bruder, easy. So, warte. Ich komm nicht weiter. Ja, komm, fahr mal jetzt irgendwo hin, muss gar alles. Friedhof will ich gar nicht, weißt du? Ja, Friedhof klingt nicht gut, gell. Du warst schon wirklich da oben bei dem Haus. Das ist echt groß. Ja, ich war schon da. Okay. Wollen wir mal auf Karte gucken? Ja, ja, da war ich schon. Okay, dann fahr wohin, wo du noch nicht warst, oder? Ja, weiß ich nicht mal. Du weißt, dass ich hier schon war. Aber ihr könnt trotzdem nochmal reingucken. Du hast mich jetzt mit der Westernstadt so angefixt, ne? Ja, schaut, Tür ist schon offen. Hm, naja, das ist wahrscheinlich gar nichts mehr. Oh, da ist man Rucksack, ich glaube, da bin ich einmal gestorben. Ja, oh ja, jetzt wird alles wieder respawn sein, dann scheitze ich mal. Oh ja, das ist aber eine Chili-Liederin auf Leiband. Ich treff dich nicht, ich treff dich nicht, Bruder, Bruder, Bruder. Oh, ich hab irgendwas. Susi sagt da auf Leiband. War Kriecher, okay. Ja, zum Kriecher hab mir gerade den Knochen angebrochen. Oh, okay. Bis, bis, bis. Ne, verstaucht hat er auf mein Bein. Oh, ich hab schon wieder keine Arzt, aber ich kann zu viel herum hier. Vorschlag, Hanger, Action. Was? Vorschlag. Vorschlag, Hammer, Action, sag ich. Oh, Bruder, irgendwie sieht das heute nicht so, ist scheiße, ich fühl's nicht so. Ja, doch, hier kommen paar Zombies grad raus. Äh, 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 hier gibt's gleich Action, Aua, 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 was war das denn jetzt, ne Schlange? Scheiße. Warte, ich krieg grad Nachrichten von Skeletter. Er wird gern mal mitspielen. Ja, können wir gern mal machen. Warte, ich muss, ich muss ihn dann zurückschreiben, wenn das Video rum ist. Ja. Ein grüner! Mach'n kalt, den grün! Ja, was denn? Jetzt muss ich extra die AK verwenden. Oh, geil, mit Schalldämpfer. Bruder, oh, oh. Gehen sie weg, hier. Oh, ich muss nachladen. Oh, er ist hinter dir. Oh, er liegt dran. Wie der Batsch jetzt seine AK nicht verwenden möcht. Nee, das erkennst du ganz richtig. Weil er Angst hat wegen seiner Munition. Aber wir sind in der Wüste. Wir kriegen hier wieder viel Plan raus. Ganz schön viele Zombies dafür, dass du hier schon mal warst, ne? Ja, die kommen ja immer wieder. Ach stimmt, das ist Susi, ne? Ja, Mann, endlich hat er's gecheckt. So, die Bilder, das wusste ich noch nicht an dem Moment-Ding. Da sind die Bilder, dann Ding, 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 Ding. Ding, 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 Ding. Was sein könnte. Ja, da ist schon was. Ja, da ist nichts drin. Irgendwie ist da nichts nachgespawnt. Hinter dir. Oh, fuck. Oh, guck mal, das. Na, der hat auf Kopf gesessen, Bruder. Der hat mal richtig müssen. Ah, super, ich blute wieder mal. Das ist wieder geil. Ich muss mich auch heilen. Okay. Das nämlich mit, das nämlich mit der Rest interessiert mich nichts. Kaffee juckt mich nicht, echt nicht. Das ist zu. Klatsche ich jetzt nicht auf. Schauen wir mal unten nach. Ah, okay. Das ist schon gut durchgeboxt, ne? Unten ist einer, Bruder. Unten ist einer, Bruder, Bruder, Bruder. Unten ist mein Bruder. So eine Zutür. Oh, ich hab ihn erledigt. Easy, Brudi, easy. Heute wieder sehr viele Brügel hier unterwegs. Oh, hier ist ein Safe, ein Wandressort. Ey, da ist... Oh. Egal. Oh, geil, oh, geil, oh, geil. Okay, wir haben was gefunden. Ich hab was gefunden. Was hast du denn schönes? Sag ich dir nicht, sag ich dir nicht. Ist ein Geheimnis. Was ist das denn? Oh, geil. Ich hoffe, er hat irgendwas Geiles. Ich hoffe, ich auch. In dem Safe. Oh, ich brech das sicher durch, oder? Oh, fuck. Oh, geil. Oh, Munition, Alter. Aber nicht viel. Oh, geil. Oh, nicht so geil. Oh, ich hab's ein fetter. Scheiße. Scheiße. Was war das jetzt? Nein, wieso hast du dich... Hi. Bäm. 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 Ich muss dir das erst alles zu suchen. Dann darf ich's dir sagen. Alter, die Hütte ist ja richtig groß. Hier wieder ein Labor, oder was ist hier? Ja, Mann. So ist es. Alter, die geil. Habe ich beim letzten Mal nicht entdeckt. Oh, fuck. Aber es sind verdammt viele Chassis unterwegs. Aber ich bin hier zu. Wie bist denn du? Ja, das ist hier die Frage, ne? Ich kann's dir leider erst sagen, wenn ich hier durch bin, weil du lootest mir alles weg. Oh, hier kommen grüne Zombies überall durch. Oh, Bätzi, du bist eh schon unten. Fuck. Hi, Zocki. Oh, geil. Überall Leichenssäcke. Ja, mach auf die Tür. Ah, die ist gesperrt. Okay, geil. Die ist gesperrt. Lass, lass, lass so, lass so. Hier ist nämlich noch eine gesperrte Tür. Was passiert eigentlich, wenn man sich an Leichenssäcke wegboxt? Sieht lecker aus. Kriegst du was? Ja, ja, ich krieg mit Drahtpulver, Scrap Manly. Oh, cool. Und XP. Normale Leiche, warte, normale Leiche, auch was? Oh, sie sind durch. Oh, fuck. Der Ultra-Zombie ist wieder da. Bruder, Bruder. Ich blute schon wieder in der Kippenkunstdeckung. Oh, gut gemacht, Petsi. Ne? Der Ultra-Zombie war ja diesmal voll easy. Voll easy, Bodi. Das ist wieder nur Essen, oder? Ah, ein bisschen Werkzeug hier gefunden. Aber guck mal, hier sind überall Ultraschallbilder, also Röntgenbilder, nicht Ultraschall. Röntgenbilder, meine ich. Äh, eigentlich nur Kacke hier gerade. Ne, hier oben sind auch noch Kisten. Ah, da ist aber nicht viel Munition drin. Oh, warte, was ist denn mit dem Blei los? Ah, Reparatur-Kit habe ich auf der Bleiwand. Äh, du kannst da oben mal reinschauen, weil ich bin schon voll. Ich bin auch gerade voll, ich muss selber gerade zerlegen, ein bisschen was. Wo ich mal denke, ey, Futs drauf brauche ich nicht. Den Hammer-Level-1-Ding brauche ich nicht. Beispiel das Gewehr hier. Ja, Schreibschlüssel-Level-1 brauche ich nicht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Kaffee. Juck, ich so gar nicht. Ah, ich werde kurz was essen. Die Dosen hier kann ich zerlegen auf Leihwand. Ah, geht gerade nicht. Wo soll ich denn reinschauen? Hier ist schon oft genug. Unnötig. Okay, warte, da war Wasser drin. Das hätt' man vielleicht nehmen können. Tabletten hat er schon. Okay, nehmen wir da mal mit. Kombo-Bogen-Ding zerlege ich. Ähm. Ah, die Sterbe, wie auch ich mal. Ah, Renapel! Oh, Alter, die Renapel. Oh, schau, ich hab voll reingeschaut. Bruder. Was? Ich hab voll reingeschaut ins Stilz. In Zloch, äh, in Stüberl. Jo, hey, da geht's noch weiter. Oh, weiter, weil wir jetzt hier auch weiter. Hey, was hier die ganzen... Die ganzen Türen nicht. Leer gemacht, die ganzen Püren. Ah, sehr was. Äh, da hinten war ich jetzt auch mit der Tür, nicht? Ja, bei mir auch, ich bin gerade auch durch die Tür. Ich bin hier, ja, genau. Oh, irgendwie hab ich dich erwischt, der Typ springt einfach so blöd. Ja, das sieht doch mal einen richtigen Schuh, Alter. Schon das auch. Ich hörte mal aus, seine Zechen. Ich hörte aus wie hieb geschlatzt. Okay, da ist gesperrt, ist da wer drin? Ich glaub, ich die jetzt bitte schön. Ähm, ja, da ist aber nix. Oh, ich hab irgendein komisches Zeug genommen und sie verschwommen. Scheiße. Einen fetten Fernseher haben die da. Da ist gesperrt, da müssen wir vielleicht noch aufkloppen. Oh, scheiße, Zocki. Ich hab irgendwas getrunken und jetzt sehe ich verschwommen. Ja, du hast Bier gesoffen. Nee, Re-Cock oder so hieß das. Einen Cock hast du ge... Boah, du hast einen Cock in den Mund genommen. Re-Cock heißt das. Nicht nur Cock. Cock, okay. Warte mal, hier kommt noch ein Zombie durch die Tür. Er kommt noch jetzt. Ja, ein Zombie wirst du wohl hinkriegen. Ich klatsch da grad selber was weg. Ich warte, bis er durch ist. Er braucht grad so lange. Er kommt jetzt. Ah. Ah, Re-Cock. Re-Cock, Re-Cock, Co-Cock, Co-Cock, Co-Cock. Ah, Zocki, ich hab die Duschen gefunden. Und das soll mir jetzt weiterhelfen, weil du mit mir duschen gehen möchtest oder wie schau mal aus? Ja, das soll man mal wieder sauber. Was meint ich damit wissen? Geht aus nichts. War man hier schon? Nein, hier war man noch nicht drin. Ah, ist das schlimm. Alles gut bei dir? Der hat mich jetzt voll überrascht. Oh, ich glaube, ich hab ihn erledigt. Oh, da kommt noch wer. Nein, Bruder, heute nicht. Hey, da war ich grad dabei, was aufzukloppen. The Patsy kommt wieder fliegen hier. Ich helfe dir doch nur. Ja, 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 ja. Warte mal. Oh Gott, mir geht's grad gar nicht viel. Oh, was ist das? Kann ich nix nehmen an hier. Hier geht's wieder hoch. Hier geht's oben in den Gang rein, da muss man durch. Hier lang. Okay, warte, hier ist wieder off. Oh, wir sind hier in der Küche. Oh, da liegt noch einer. Oh, hier ist ein Koffer. Oh, ich komm' nicht, oh Gott. Hier kann ich wieder nix nehmen, hier kann ich wieder nix nehmen, hier kann ich nix nehmen, auch hinter uns. Nur hinter mir, fuck you. Oh, ich bin so im Lüftungsschacht da drin. Oh, ich bin so im Lüftungsschacht da drin. Duschen hier. Okay. Okay. Hast du hier oben geschaut, dass du dich suchst? Ah, ich hab hingeschaut, aber ich konnte nix öffnen. Okay. 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 Und hier geht's wieder raus. Anscheinend. Da muss man sich durchgraben. Okay. Aber hier ist nix interessantes. Okay. in Freiheit. Okay. 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 Interessant. Genau, prove ich gehe mal. Ja, ich bin grad durch die Tür und jetzt geh ich hoch. Okay. Okay. Aber da ist ein Loch. Okay. Ja? Okay. So. Hatte das eigentlich auch nen ersten Stock, warst du da schon? Was? Das Haus, wo wir grade sind, das hat auch nen ersten Stock, ob du da schon oben warst. Ich steh am Dach hier oben. Jetzt da. Und verdut alles, haul mir durch. Stress. Ja, du hörst, hörst. Ah, fuck. Ah, fuck. Geh wieder unten. Hey, fucky. Aufhören! Aufhören! Das ist halt die Scheiße! Aufhören! Die Scheiße! Alter! Scheiße, Alter! Auf damit! Alter! Tschüss! Hallo! Nein! Hahaha! Da soll man weiterfahren? Ähm. Ja. Sollten wir vielleicht tun. Aber warst du jetzt schon oben in den ersten Stock? Nein! Ja, ich weiß nicht. Ich war oben auf dem Dach, aber bin dann gleich wieder runtergefallen ganz. Achso? Ja. Kann man nochmal hoch oder wie? Oder nicht? Können wir machen eigentlich. Warte mal, bauen wir hier einfach so Dinger hin. Ah, ich muss mal was trinken, mir ist heiß. Das war nix. Ach, YouTube. Der Wenden hat mir gesagt, schreibt einen Kommentar, ich soll nicht so gemeinsam sein. Aber er hat's verdient. Hahaha. Hin und wieder schon, ja. Hin und wieder brauch ich's auch, gell? Saki. Ach, YouTube. Ah, jetzt bin ich schon wieder unten. Ah, jetzt bin ich schon wieder unten. Ah, jetzt bin ich schon wieder unten. Ah, da oben ist aber nix, oder? oder? Ich weiß es nicht. Ups. 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 Ich mein, kann sein, dass ich da schon oben mal war? Weißt du, irgendwann nochmal, vor langer Zeit, wo die Welt noch friedlich war hier? Oh, man lässt dieser Scheiße-Effekt endlich nach. Scheiße, du hast zu schnell. Hör auf, lass das. Du bist so ein Arsch. Wieso hast du das nicht einfach? Du bist so ein Arsch. Du weißt überhaupt nicht, was lustig ist. Geh weg hier, komm. Du hast ja gar kein Humor. Ich fahr jetzt. Rötkuh. Oh, ich hab hier was. Nix. Das war mir schon klar. Oh, man, wie lange sehe ich den doch verschwommen. Das nervt langsam. Bruder, ich weiß nicht, du hast den Cock im Mund gehabt. Also, vielleicht war es ein großer Cock, war es nicht so ein großer Cock. Oh, hier immer eine richtig große Hütte und die Kirche oder so. Das Schlimme ist, das Ding ist wirklich so, ich hab extra nochmal nachgeschaut. Da steht wirklich Re-Cock. Ja, ja, war ein großer Cock, hm? Der ging bis zu den Mandeln. Nein, Bruder. Was redest du für ein Blödsinn, Alter? Niveaulos wieder. Richtig niveaulos. Ah, 35 Prozent. Das passt doch. Ja, ich hab hier was cooles gefunden. Ah, da ist sie wieder verschwommen. Echt? Im Auto nicht und dann schon? Ne, im Auto auch ab und zu, aber dann wieder nicht. Das wechselt ab irgendwie. Oh, war ich hier schon drin? Was denn nach Hause? Ne, doch nicht. Warte mal. Aufmache, ich bin der Ding, der. Du bin ich jetzt. Ich hab bepackt. Achso, weil ich das Glas gerade. Okay. Oh, das, das, das Hotel ist schon cool. Ja, warte, ich seh gerade nicht so viel. Vom Hotel. Oh, da ist schon der erste Gast. Servus. Aua. Hey, Bruder, ich hab ne Idee. Ja, was denn? Nimm doch nochmal einen Cock in den Mund. Vielleicht. Vielleicht hört's dann auf. Und du meinst es vielleicht nicht zufällig in einem bestimmten, oder? Nein, nein. Da liegen genug gegenüber, sicher. Da wieder. Hallo? Ist er weg? Ach, der Bete hat mich jetzt alleine lassen. YouTube, das war's mit dem Bete. Ja, ich dachte, du schaust doch da um dich hier unten. Ob ich vielleicht nen Cock find? Ja. Wollte ich, aber... Dann hab ich mal da... Ne, vielleicht auch nicht. Au! Schneller! Oh, das schaut aber geil aus. Wow! Ich blut schon wieder. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt krieg ich von der Renate. Da gibt's auch noch einer rein. Das gibt's ja nicht. Ja, ich... weiß auch nicht, was du mal mit der Renate für Sachen machst. Da kommt noch einer. Business Boy. Der Business Boy kommt. Warum finde ich hier den Schreibtischen eigentlich, äh... Kleidungsstücke, aber egal. Ah, hier ist ein Safe. Naja, du musst wissen, dass der Typ mit seiner Sekretärin gemacht hat. Und... Wenn sie halt mal ein paar Kleidungsstücke vergisst... Ja, das war komischerweise nur Männerkleidung zocken. Ja. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht stand der Boss mehr auf seinen Sekretär, aber weiß. Also, man kann alles zahlen. Ähm... Ich weiß nicht, ich will das Hotel nicht looten. Da ist mir zu viel... Hahaha... Das ist mir zu viel Arbeit, Betsy. Los mit dir! Ja, ich... Ich bin nicht motiviert, weil... jetzt ein Korkratzer und so. Hahaha... Hier sind voll viele Wandreserve bei mir. Ich hör ur-viele Zombies, ich hoffe nicht. Ich auch, aber ich sehe keinen. Ich weiß nicht... Also, ich hab grad Ruhe, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich hab keinen... Ich hab keinen Stress grad eben, aber... Ich mein... Oder vielleicht draußen? Nein. Ich hör ur-viele. Ah! Hier brechen sie sich durch. Die sind in einem anderen Zimmer... Oh! Zweimal Renate, Brudi. Renate ist wieder voll motiviert. Ich glaub, ich muss mal kurz zum Chief... Voll grad. Achso, sie ist schon tot. Ja, ich box halt gern die Renate. Was soll ich machen? Oh, da unten ist Stress, hm? Oh, ja, ich seh grad die ganze Halle ist voller Zombies. Hahaha... Bruder doch die wollen nicht zu mir ach doch die wollen alle zu mir ja dann schieben wir mal ein bisschen mit Pfeil und Bogen denn dafür wurde ich erzogen warte ist er grad nicht gesprungen warte mal warte mal warte mal warte mal Leute Leute das ist gerade unfair das ist gerade zwei das ist gerade fünfzehn gegen einen das ne das macht gar keinen Spaß lasst mich mal hier raus hey du musst sagen ich bin dem Leo und so Schloch Bruder fuck ich muss jetzt glaube ich doch schweig bin eh hier schieß nicht ich bin schon hier ich geb den von hinten und jetzt die Koffe Prozent Taki hat sich der Traf hier Bukka 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 Prozent 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 ich habe einen Coca Cuack Cuack! Cuack Cuack! Uah, was ist denn da? Ey, was ist denn da? Hey, da war das schon. Hier! Kalte Getränke, Bätzi. Kalte Getränke sind gut. Ender Buste. Ähh, darf ich dir, darf ich dir im Rat geben, Bätzi? Schlag doch das Holz weg! Hier! Aua! ich wollte die Pflanze von der Fläche aber ich habe ja erinnert dann erwischt wird Prozent aber kann sein dass wir wirklich viel finden ja aber ich denke eher nur so ist die Nahrung und Wasser und Kratpulver und Kaffee habe ich jetzt da ich habe ein bisschen Magnum Munition gefunden ja könnte es eigentlich eh theoretisch alles finden aber das Problem auch geil oh geil ich habe Munition he he Bruder aber das ist weh warst du schon oben komplett? alles durchgeschaut ja wieso habe ich das Gefühl? bin fertig oben wir können gehen schau dann dein Video nach das ist schön ich war in einen Raum drinnen da habe ich kurz wo reingeschaut und dann bin ich wieder gegangen dann na wenn es zu groß ist weißt du dann dann kriegst du Angst ne? ne das nicht aber das ist mit so viel Arbeit verbunden da habe ich auch kein Bock drauf mich facht das gerade erst an alles zu entdecken echt? nein eigentlich auch ich bin auch gerne am entdecken vielleicht ist ja nochmal eine Crave Motel keine Ahnung ich bin auch gerne am entdecken aber wenn das zu groß ist weiß ich nicht dann nicht im Video weißt du ишь Ah해야 some ich fange immer ein rectangle kaputt aber da warentux dahinter oh 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 toh oh oh Fedchen hallölö oh natural Aaaaah da kommen sie! kommen sie mich endlich besuchen da führt der Herr oder die Dame ich verstehe ich sehe es nicht ne das ist ne Dame ne so Youtube der Betsy hat den Kock und jetzt hat er ne Dame ich bin sehr vielfältig heute ne ne irgendwie ich bin ich bin ich werde noch nicht warm Youtube sorry irgendwie dauert das jetzt noch obwohl man eh schon länger spielt ihr hättet Soki am Anfang mitkriegen sollen ja vielleicht hab ich jetzt alles verschossen so ne da hättet ihr mitkriegen sollt ich kam gar nicht zu Bord ne ich musste auch gar nicht so Zoki war ein super allein Unterhalter von ja ich hab ich hab gesungen ich hab gerimt aber sehr schön hat er gesungen also Zoki ist für mich der absolute Soul-Singer Wind das hab ich ihm schon gesagt da bin ich echt abgegangen aber jetzt ach so das juckt nicht ab nein ich hab Rezept Entschuldigung aber jetzt irgendwie funke ich nicht mehr da hat er da hat er sogar den Russen gemacht vorher nicht das Salvaraten ich hab nix gemacht nicht hab ich gemacht nicht hab ich gemacht ich nicht trinke Wodka nur Appetini jetzt gehts wieder los so langsam äh ich will ich will ich will aufs Dach hoch das ist aber echt verdammt groß hier ja ich mag das ehrlich gesagt gar nicht so aha die Renate da ist nix die 6 Granate die Renate ein Schwarzenegger endlich klatscht die um mit meinem Koch nein kommt da wer durch das blöde ist halt dass halt auch alle zimmer gleich aussehen ja 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 ich wär ehrlich gesagt dass wir die Western statt suchen wie ist das ah fuck 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 von hinten ja ein Koch halt ne oh Gott eh da geht's oh da könnte man rausfallen nein das ist ne Scheibe oh der rennt oh der gibt mir oh der gibt mir so richtig guck überleben gekennen zu groß also so groß also haha 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 nein nein ah ich seh schon aber da unten ohne Ende kein Niveau bla 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 aber juckt nicht juckt nicht oh mein Gott juckt nicht ah jetzt nochmal was wolltest du dir jetzt sofort sagen du hättest gesagt hm keine Ahnung die Nase eines Mannes so auch sein Cock nein haha oh nein nein das geht nicht das ist ein Scheiß was ich da laber ich bin voll enttäuscht grad von mir haha ah ich bin gar nicht ich fühl mich nicht so nein das geht nicht das Video kann man nicht hochladen wer jetzt sieht das ist unmöglich ja doch das wird auf alle Fälle hochgeladen naaaan und doch wenn so viel dumme Kacke ich rede viel dumme Kacke insofern du jetzt weg übrigens ohne was zu sagen haha tja Badewood ich wollte dich alleine lassen mit diesem Typen hier aber ohne Witz ich bin echt weggefahren da schau ich jetzt ran da schau ich jetzt ran doch langsam dass wirklich das Dach das interessanteste hier ist ha oh Gott so viele Särge Bruder das ist sicher oh das ist sicher eine Machia verdammte Scheiße was verdammte jetzt weiß ich noch nicht ich seh nix hab's nur gehört oh da kommt wer Bruder Slow down Bruder Slow down Bruder Oh fuck ich hab'n geholfen nein das fand ich nicht gut ah der seh langsam okay immer die gleiche Räume Hallo meine Partner ne geiles Bild geiles Bild vielleicht so hier so ruht in Frieden Bruders End Spastos oh da ist Big Mama Susi nochmal Susi und dann guck ich mich nur kurz hier um was ist denn hier drin nix oh ich kann nicht alle nehmen macht nix muss nicht sagen ok hier ist auch nix da ist auch nix drin da ist auch nix drin geh mal weg hier ja ok hier ist ähm da ist nicht viel ah warte mal hier ah das könnten hier noch sein hier ist zu verdammt das ist Toilette oder ich mach das jetzt mit der Machia ah ok jetzt bin ich ganz drüben wir schauen was hier jetzt ist ja das drüber Wasser das ist echt jetzt Wasser glaube ich braucht man schon gar nicht mehr mitnehmen so viel wie wir haben glaub ich auch ja weil ich hab wirklich wir haben wirklich viel Wasser also das Hotel war jetzt echt nicht so interessant weil jetzt echt jeder Raum gleich aussieht ja ne mich hat's das Hotel hat mich überhaupt nicht bock ehrlich gesagt das fand ich jetzt nicht so geil lass es jetzt auch kommt Aloe Vera jetzt nicht mitnehmen das Hotel war einfach nur blödsinnig 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 ja wir haben wenigstens was Gutes gefunden hätte in dem Hotel aber es war ja auch nicht der Fall ja ok ich hab mich nicht wirklich umguckt ja es tut mir leid Youtube ich bin wieder nicht fit jetzt da aber in der nächsten Folge wird's besser das verspreche ich denn in der nächsten Folge werde ich mal vorher noch ein bisschen was reinpfeifen weißt du damit es ein bisschen flüssiger rennt was so ab die wir den Zocki gerade das ist jetzt die Entgeberne das ist jetzt er meinte es nicht so ich lüge niemals YouTube an Bruder YouTube Internet weiß alles Zocki meinte damit natürlich an kein Bullen Nein eigentlich habe ich an den Cock gedacht aber so hat es dann in der Nähe oder immer bei mir du bist ja gar nicht so weit weg höhe höhe ich hatte Angst zu weit zu fahren Arschloch ich mache die ganze Arbeit erhaut einmal drauf und nein interessiert mich eh nicht interessiert mich eh nicht zwei Sekunden später öffnet er es ne Prozent Stiefel gar nicht war der Dauer 1 sie ist größer als du und hier wird wieder vorher Ok YouTube hast du willst das Video beenden? Ja äh es tut mir leid aber irgendwie das Video finde ich nicht gut also fand ich jetzt nicht so toll weiß ich glaube es euch gefällt ich denke schon ich habe zu viel Cock im Kopf ich bin immer mit Schäden er hat sagt er muss ich jetzt erst vom Cock lösen weiß ich nicht das ist sehr nah und finde ich jetzt nicht Zucker dann würde ich sagen bis morgen in einem neuen Video haut rein Autsch du hast exakt hau rein siehst du haut rein bis zu nix moin Boah da kann ich aber schon echt hoch springen da bis zu fassen bis zu fassen Engel her aber ich kann nicht über das Auto komplett über die du mehr gar nicht auf der Weg weil ich glaube ich so viel wird schon springen kann es sein könnte möglich sein aber kann nichts sagen und er könnte wirklich selber kann ich auch ein Garten oder damit auch so traurig wie du also keine Ahnung hier von Karten für sich okay was gut ist es auch gepasst was soll denn der Scheiß Hoh! Attacke tschüss hab ich vergessen Genau bis zum nächsten Mal Ciao, Servat, Zunge